Hallo, herzlich willkommen zu unserem Beispiel Mobilität bzw. ich baue Autos oder biete Dienstleistungen an, von A nach B zu kommen. So, was haben wir da? Früher wurden Autos gebaut und Autos verkauft. Also es gab verschiedene Hersteller, die hatten verschiedene Produkte, haben sich verschieden positioniert. Es ging aber immer darum, Autos zu verkaufen an Zielgruppen, an Familien, an wohlhabende Menschen, an Businesskunden, wie auch immer. Es sollte verkauft werden. Heute geht es vielleicht eher darum, von Punkt A nach Punkt B zu kommen, nämlich das Thema Mobilität. Und diese beiden Felder wollen wir uns jetzt einmal anschauen, wo da die Unterschiede sind. Autos werden verkauft. Das ist ein Geschäft, was meistens in einem persönlichen Gespräch stattgefunden hat zumindest. Es gibt neuerdings natürlich auch Internetplattformen, wo man Autos einfach bestellen kann. Aber in der Regel persönlicher Verkauf, eigene Verkaufsstellen, Niederlassung von irgendwelchen Herstellern, wo die Zielgruppen hingehen können und sich Autos anschauen und dann kaufen oder leasen oder finanzieren. In so einem Geschäftsmodell habe ich jetzt einfach mal unterstellt, dass die Kernaktivität die Forschung und Entwicklung ist, die Produktion der Fahrzeuge, Marketing und Vertrieb. Und so gestalten sich dann auch die Ressourcen, die wir benötigen. Das sind Fabriken, das ist eine Verwaltung, das sind die Niederlassungen, die Shops und verschiedene Büros. Und die Kostenstruktur setzt sich halt entsprechend zusammen, die das alles abbildet, persönlicher Verkauf und die Ressourcen, die ich benötige wie Fabriken. Die Partner in so einem Geschäftsmodell sind Banken, Rohstoffhersteller und vielleicht Logistikunternehmen, die die Fahrzeuge von A nach B bringen in die Verkaufsstellen etc. Heute werden immer weniger Autos verkauft und wir kommen immer mehr zu dem Thema Mobilität. Also eigentlich der Kernaufgabe, was soll denn erfüllt werden? Ich möchte zu einem gewissen Zeitpunkt von Position A zu Position B. Und dafür brauche ich eigentlich kein eigenes Auto kaufen. Automobilhersteller gehen daher dazu über, neue Konzepte sich zu überlegen, nämlich Mobilitätskonzepte. Wo es nicht mehr darum geht, Fahrzeuge zu verkaufen, sondern zur Verfügung zu stellen, punktuell für einen gewissen Zeitraum und dafür Nutzungsgebühren zu verlangen. Wer sind die Zielgruppen? Das können sein Singles, Studenten, Familien, die vielleicht ein Auto haben, punktuell mal ein zweites brauchen. Vielleicht haben sie auch gar keins. Oder auch Businesskunden, die sich selber nicht um ihren Fuhrpark kümmern möchten, sondern das lieber andere Leute machen lassen. Die Kundenbeziehung wäre hier, dass wir einen persönlichen Betreuer hätten, aber primär eine Internetplattform, in der ich automatisierte Prozesse habe, in die ich mich als Kunde einloggen kann. Und dann bestelle ich mein Auto, wann ich das brauche, hole das ab an einem Punkt und stelle es an einem anderen Punkt wieder ab. Was sind die Kernaktivitäten, die in so einem Geschäftsmodell anfallen? Das ist zum einen, dass wir das Ganze organisieren müssen, dass wir ein gutes Marketing machen müssen, den Vertrieb übernehmen natürlich. Und wir brauchen einen größeren Kapitalstock, weil diese Autos erstmal produziert werden müssen. Es muss das ganze System installiert werden. Wir brauchen diese Plattform, all das kostet Geld. Zusätzlich brauchen wir eine starke Marke, unter der wir das machen, Menschen, die das umsetzen und Kapital. Was wir nicht mehr machen, ist Forschung und Entwicklung. Das lassen wir andere Leute machen. Wir kümmern uns jetzt um die Organisation des Gesamtprozesses. Die Produktion, die Rohstoffgewinnung und die Logistik haben wir auch abgegeben. Jetzt seid ihr gefragt. Nehmt eure Ideen, eure Forschungsergebnisse, das, was euch bewegt, wozu ihr Lust habt und fangt an. Hängt euch das Plakat einfach einmal an die Wand, geht die neuen Felder durch, werdet kreativ, seid verrückt, denkt die Dinge mal anders, als sie bisher gedacht wurden. Ihr kennt vielleicht Steve Jobs, Apple. Diese Firma ist ja nun doch bekannt dafür geworden, dass sie, oder insbesondere dieser Mensch, dass er Dinge hinterfragt hat, dass er anders gedacht hat. Dass er einfach gesagt hat, der Status Quo, den wir heute haben, der uns umgibt, das sind Ideen und Projekte von Menschen von gestern und vorgestern. Wir wollen hier aber über die Zukunft sprechen. Das heißt, wir müssen anders denken. Wir müssen Dinge neu denken. Und hierfür haben wir das optimale Tool mit dem Business Model Canvas, das ihr jetzt einfach mal loslegt und mal die Wirtschaft von morgen erfindet. Viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.